Dieser Stein hat sich weit vom Rudel entfernt und ist hilflos. Wie viele Erfahrungspunkte noch? Ah, bald habe ich das nächste Level. Mit Graffiti, voll besprüht röte Kristalle. Das sieht mir nach menschlichen Knochen aus. Hier ist etwas eingraviert. Cyan was hier. Ach ja, klar. Hör mal auf, jeden Stein anzuklicken. Ach, das mache ich doch nur, weil du lust bist. Alter, nur geklaut singen. Komm her, Schätzchen. Ein Kristall erhalten. Oh. Diese Teile kenne ich aus Cyan, die sind böse. Eigentlich sollte ich froh sein, schließlich müssen Frauen ihre 5000 Worte am Tag loswerden. Was willst du mir mit einem Klick auf den Stein sagen? Du kommunizierst, indem du einen Gegenstand anklickst. Ich kommuniziere, indem ich einen dummen Kommentar vongegebe. Beschreitet ihr erst den dunklen Weg, wird er für immer euer Schicksal bestimmen. Und ihr seid pflegeversichert. Hat das Skelett gerade zu mir geredet? Halt, nochmal, den kenne ich irgendwoher. Das kenne ich irgendwoher. Beschreitet ihr erst den dunklen Weg, wird er für immer euer Schicksal bestimmen. Und ihr seid pflegeversichert. Mir kommt das extrem, extrem bekannt vor, aber mir fällt gerade überhaupt nicht ein, woher. Wenn es jemand weiß, sag es mir bitte, mir fällt es gerade einfach echt nicht ein. Ja, das hat Skelett, hat geredet. Ein hilflotester Stein, da er sich vom Rudel entfernt hat. Schöp, ein großes braunes Monster. Gratulation, es ist ein Ding. Immer diese Randalierer. Was steht denn hier? Mittags, Montagsfleisch, Dienstagsfleisch, Mittwochsfleisch, Samstagsfleisch, 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 Freitagsfleisch, Sonntags, viel Fleisch. Das ist eine Speisekarte. Lecker. Ich bin doch auch nur ein Mensch, mir fällt nichts mehr ein. Man kann es zwar leicht übertreiben, aber... Ja, alles anklickbar. Im wahrsten Sinn des Wortes. Alles. Ich darf meine Augen an diesen seltenen Anblick eines Steins zweiten. Welche Freude. Es könnte auch ein halber Reifen sein. Hm. Kein Kommentar. Error 404, Event not found. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr gut. Schweine. Junge, ist das eine Sackgasse? Hier geht es nicht lang. Okay, an den Schweinen komme ich nicht vorbei. Ein großer Stein. Was ist denn von mir Wissen? Macht es dir fast sinnlose Kommentare aus mir herauszulocken? Ja. Ein Stein. Kein Stein. Ein Stein. Kein Stein. Ein Stein. Kein. Kein Stein. Halt nochmal. Tut mir leid, ich muss noch mal damit foltern, weil ich das letzte Wort nicht mehr komplett lesen konnte. Klein Stein. Hm. Manchmal frage ich mich, ob das, was ich untersuche, nicht klüger ist als das, was mich scheuert. Danke. Wieso steht auf diesem Event, Wieso steht dieses Event auf One Hero Touched und nicht auf Paschkeback? Stimmt. Ich muss nicht mal Enter drücken. Eigentlich ist es mir völlig egal, was ich untersuche. Ich kann dich eigentlich töten. Du nervst mich so langsam. Schau, mag mich nicht. Ich mag ihn aber. Du bist den ganzen weiten Weg für dieses Teil gerade. Baby. Boah, hau bloß ab. I love Stein. Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Oh. Kann man Lian ansprechen? Nö. Schade, kein von denen. Zwei Orks. Die sind mir egal. Zwei Orks. Die ich jetzt vier teile. Ork Heiler. Du stinkst und dein Gegner sind beträubt. Du unser Futterwollenmensch. Was zum Hänger soll ich mit eurem verdreckten Knochen anfangen? Aber gut. Mittlerweile weiß ich, dass es anscheinend vier Varianten gibt. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Starker Heil. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Die Musik erinnert mich an einen Hindu-Legens. Boah, 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 boah. Ich will gar nicht ... Ja, ich will es doch gar nicht, ihr Sauköppe. Das ist egal, wir mit dir neues Futter haben. Frisch und saftig. Ork stirbt. Gegner wohl gefiert halt. Lufia-Musik? Musik? Wieso ist jetzt Luria Musik da? Egal, ihr bekommt Schweinefleisch, Erfahrung, Gold, Schweinefleisch, da wisst man sie für Sau. Also, eat them. Enomatic. Wehren sie uns bald wieder. Sieht sehr nach einer Speisekammer von denen aus. Ah, da ist da nichts zu sagen. Ich durchsuche. Dazu fällt mir nur eins ein. Ein Stein. Ich werde trotzdem alle durchsuchen, vielleicht ist irgendwo was versteckt. Das liegt denn hier? Ein Feuer, einen Frost und eine Blitzschutzrolle gefunden. Hm, was auch immer es ist, ich nehme es einfach mal mit. Hm, 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 hm. Ha, was kann ich mit den Rollen anfangen? Widerstand, ich wette, das bringt mir gar nichts. Sieht sehr an. Okay, zwei große Halltrinken bringen. Boah, damit kann ich sicherlich was anfangen. Irgendwie habe ich das Gefühl da jetzt mit starken, großen und starken Halltrinken überschüttet werde. Ha, irgendwo konnte ich noch runter, um weiterzulaufen. Da gehe ich jetzt hin. Oder? Ich gehe in eine Etage. ja muss dafür erstmal ausdrucken laufen nicht erst mal nach unten denn dann 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 beim nächsten gegenstand gibt es kein kommentar mir fällt nichts mehr ein ja wegen der werde ich hier noch mal wahnsinnig warum du zwingst du einen kommentar meines satz nennen wir mal einen grund weiß kann ein massiver kristall einfach nur weil ich es kann warum krägst du mich so und klickst steine in einer öle an so du hast diesen gegenstand nicht angeklickt nein habe ich nicht ha ich wusste es gut das muss jetzt ausprobieren wenn du meinst ja so meine ich das hör auf zu lügen ich lüge nicht doch drückt willst du mir etwa unverständlich anläge ja aber das ist die wahrheit wenn ich gerade gelogen habe soll ich mich den wenn ich gerade gelogen habe sollen mich daher spielersteller auf der stelle töten gut bitte gut wie du bist auch was du hast gesagt dass ich töten soll solltest du gelogen haben ja du hast gelungen also bitte morgen bald das war ein bisschen wie der zeit verstehst du ein witz w i t z jaja rausreden das haben wir gerne so saub bitte sehr ich töte dich jetzt bitte sehr aber da war nun tot ist das spitzende viel spaß weiterhin ich habe es irgendwie geahnt leute ich habe es irgendwie geahnt dass sowas passiert natürlich habe ich das wir sollte überhaupt eine lüge ja na gut ja dieser stein heißt roi und möchte uns etwas mitteilen ja gleich hast du nichts mehr zum anklicken mua hallo mein name ist roi ich bin magie süchtig hallo roi hallo roi hallo roi hallo roi woher ist das denn jetzt bitteschön hat sich total gelangweilt ha total gelangweilt verstehst du auch vergiss es was ist denn das hier drin ist ist sich raum von der häuptling gut aus töten was willst du hier mensch wie bist du hier gekommen willst du das wirklich wissen ich mich sicher schon gut gut reg dich nicht auf ich bin hier hin gekommen indem ich die orks mit stein erschlagen habe so könnte man es sicher auch nehmen und ihr seid die nächsten ich okay du dich nicht hättest in höhle von häuptlich wagen dürfen lass deinen chef reden ach ich gehramat hhhm da 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 rontumschlag shit bam bam holy fucking king aua shit ja wie war es mit nix verkrämt heilen große heiltranken die schutzrollen kann man nicht benutzen doll rundumschlag sitzen drückbild ist gefallen und rundumschlag sitzen wird seinem namen gerecht dddddddddddddddddddddddddddddd mushrooms! BOAM! Grail NAG hold up! Großer Wow, Arschknapp Könnte er eigentlich mal den Flieger mal abkreizen? Hör auf so blöd zu lachen, sonst hau ich dir eine rein Oh, jetzt habe ich ein Problem Obwohl, nicht wirklich Hör auf so blöd zu lachen, sonst hau ich dir eine rein Hallo, was ist die Sau? Das ist die Taste Jetzt fällt mir schon eine Zeit daneben Ja, jetzt erwerfe ich meine Haltränke Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es sich gelohnt hat 840, 200 Gold, Schweinefleisch, Prostock Aber ich brauche einen anderen Spielstand zum Abspeichern, wenn schon, denn schon Ah, 300 Gold, ihr Erspartes, das wollten sie bestimmt mal groß anlegen Ein Haltrang, drei Muntermacher Wieso lagen die hier sowas? Wieso ist das leer? Diese braune Ungestündung ist noch jung und wurde anscheinend auch ausgesetzt Meine Augen dürfen sich erneut an einem Stein lahmen Dieses runde Subjekt nennt sich Einfach mal Stein Ein weiteres Opfer unserer Gesellschaft Was willst du mit dieser Untersuchung eines Steins bezwecken? Es ist sauber genackt, bis auf die Knochen Ein hässlicher Stein Gut, die sind tot Ich habe den Orkbrustpanzer erhalten Agilität plus Orkbrustpanzer als Orks Das sieht schweinisch aus Gut, jetzt gibt es ja nur noch einen Weg, wo wir sonst noch langlaufen können Wo noch keine Sackgasse war Ich bin Level 20 Ich brauche ja nicht mehr viel bis zum nächsten Level Wow, noch ein Rudel Wie schon der große Steinfrost von Nikes herausfand Die Braunsteine jagen ihre Beutel im Rudel Ja, liegt sich bequem Oh, ne Bach Hä? Habe ich Angst haben Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl Als ob jemand gerade denken würde, dass ein Ninja mit der Intelligenz und Aussehen als Gottes Soeben Steine untersucht Was zum Weiß der Geier wieso? Ich glaube, ich möchte eine Person vor dem Bildschirm Ich glaube, hier möchte eine Person vor dem Bildschirm gesteinigt werden Hier klebt irgendwas drauf Made in der Höhle von da vorne Ach ja Ein Kristall Mein Gott, was willst du uns noch wissen? Wer bist du? Sau Was ist denn das für ein Benehmen? Ich habe dich schließlich nur nach deinem Namen gefragt Da musst du mich nicht gleich beleidigen Selber Sau Ich heiße Schneider Helge Schneider Ich bin ein Wächter Verrätst du mir jetzt deinen Namen, Fremder? Sau Sau Herrgott ist noch mal endlich auf mich zu beleidigen, du Mann in der Franze Ähm Mein Name ist Das ist mein Name Was hast du Was hast du deinen Eltern getan? Ich meine Wenn mich jemand mit Tagsau begrüßen würde Ich sag dir Da gäbe es mal fix ein paar Tote mehr Das Gefühl kenn ich Sag mal Bist du nicht derjenige Der was von Katzenkloß gesungen hat? Ach Nein Verdammt Das war ich nicht Wie sagt nur jeder, dass ich sowas machen würde? Nun Du hast denselben Namen Na und? Es gibt viele Leute, die Helge heißen Vergiss es Übrigens, darf ich durch? Darf ich hier durch? Äh Ich würde dich ja durchlassen, weil du mir sympathisch bist Aber das geht nicht Und wieso geht das nicht? Ich sehe hier schließlich weder Löcher noch Monster oder eine Wand Äh Da hat aber einer ganz genau hingeguckt Naja Wenn der Ork-Häuptling tot wäre, könnte ich dich durchlassen Ahm Der Häuptling ist bereits tot Was? Wirklich? Guck doch mal, wenn du mir nicht glaubst Warum solltest du mich anlügen? Hier Das war die Büro-Ohnung, welche auf den Ork-Häuptling aufgesetzt war Ach Oder da fangst du Sohn mit Gold Wenn du immer noch hier durch willst, bitte sehr du darfst passieren Also ich hätte ihn so und so tun müssen, also Aber stell ja nichts an Ich doch nicht Wieso steht es mitten in der Höhle irgendeine Wache Was zur Hölle Äh STRG alt entfernen Pure Awesome 1-1-1-1 Was zum Loyal Group Grey Rock Ein großer Fels blockiert den Weg Ich laufe nicht drum herum, das wäre zu einfach Was? Wo zur Hölle bin ich hier? Nerd Ham Hat die Blume gerade geredet? Ich glaube Jetzt geht's los Hier ist dicht Das müsste mittlerweile der 11hundrölfigste Stein in dieser Sorte sein Braun und gemein, ein brauner Stein Wie viel Zeit muss man haben, um so eine grüne Grütze hier rein zu ritzen? Alt F4 gönne ich mir Ich fass es nicht Wir haben hier doch tatsächlich XXO drauf gespielt landlord Eine Jetzt Ja ich